Ihr Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Killing Floor 2. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich will mal ihn mal ein bisschen... Alter, lagts schon wieder. Ist da echt schon einer gestorben? Wie geht das denn? Der alte Mann kann... Warte, er war wahrscheinlich auf K. Du gehst unter! Erreicht eure Waffe! Hi! Wir gucken uns mal ein bisschen um auf der Map. Das Spiel ist... Cool! Er ist am Boden! Ja, du hast ihm ja auch in den Kopf geschossen, du Basti! Natürlich ist er am Boden. Äh, draußen ist kalt. Ach, die Spitz! Ja! 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 Und röstet euch aus! Ohne einen Kratzer davon gekommen. Hm. Du bist ja ein gerissener Meck. Das gefällt mir. Ja! Ja! So bin ich. Ja! So bin ich. Ich blute nicht alles voll. Ich bin jetzt Berserker, gell? Ja! Hier geht die Munition aus. Kauf mehr! Aber ich hab doch immer noch das Sturmgewehr. Ja! Letzte Chance! Ich muss die Kapsel zumachen! Ich wünschte, ich hätte eine Zeitung zum Lesen. Mehr Sets geortet! Zurück in den Kampf, Mesami! Okay. Sehr, sehr gerne. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Sondern mit der Gegenwerte im Biesternis. Keep your ass, tell us to survive us. Wie geht es uns, Leute? Sehr gut! Wie wäre es jetzt mit etwa... Hat grad der Zombie auch mit sehr gut geantwortet? Weil Sie wiederholfen... Ja! 's! Ich will jetzt gucken los oder sie dann! Ja, ja! Sie können schon die Schwung mal ein wenig abschneiden. Ja! Ich will das jetzt! Was ist jetzt klar? Nicht mehr. Ich bin dran. Ich bin dran. Die Wartung? Ich bin dran. Na! Ja! Was ist das? Die Waffe verdirrt sich immer so geil an. Draußen liegt Moni, ist weniger muss ich mehr kaufen. Die Kapsel ist sicher und offen. Gut gemacht. Fühlt sich gut an, oder? Wenn niemand stirbt. Ja, immer. Fühlt sich immer gut an. So, was haben wir denn hier? Aber wir sparen mal ein bisschen. Obwohl, das können wir verbessern. Wir müssen Rang 5 werden, dann haben wir den ersten Perk-File geschaltet. Kommt schon wieder das Gebiet verteidigen? Ja, war klar. Unreißig. Die Burg. Mein Gott, auf den ich hoffe. Da. Schön fest zu. Und fertig. Die haben da draußen Spaß. Was? Unterschlapp. Jetzt beenden den Auftrag. Allez. Allez. Alle. 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 Du bist. Du bist. Unter. das lade doch nicht eine halbe stunde na ups Lass sie reinkommen. Der ist Unterstützer. Ich habe nicht sehr viel Kohle bisher gemacht. Ich denke, du hast ihn erwischt. Oh, der Weihnachtsmann ist auch da. Da und besser. Eigentlich ganz schön, abgesehen von den Monstern. Hey. Hey. Geht zur Kapsel und rüstet euch aus. Blut und Tod gehören dazu. Lernt aus den Fehlern eurer Teamkollegen. Bitte. Das war genau richtig. Danke. Sehr gut. Sehr gut. Der Postkartenschnee gefällt mir. Letzte Chance. Ich muss die Kapsel zumachen. Schützt das Gebiet. Vier von sieben. Vier von sieben. Was ist das Gebiet? Gut. Das war's für heute. Ich bin hier schon wieder irgendwo drin. Das nervt mich immer. So, wo kommen die nächsten? Ich hab schon wieder keine Munition. Wir hatten doch irgendwo hier so einen Munitionsgeber. Ich hab wieder nichts dafür. Er ist eine Show von Demon Hunter immer noch lieber. Da war nicht so weit. Munition. Es ist nicht wirklich maul, wenn sie keine Seelen haben, richtig? Ich hasse es, wenn es ruhig wird. Ich ihn verfolge, ey. So. Oh. So. 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 Geht ihr immer auf mich. Yay! Was? Hatte ich nicht den Berserker ausgewählt? Ich habe so eine Vergabung dafür, immer nachladen zu müssen. Immer nachladen zu müssen, wenn Zeitluke ist. So, geht's weiter? Weiter, wenn ihr fertig seid, kann ich die Händler-Kapsel wieder öffnen. Wo ist denn die Händler-Kapsel da unten? Der Flash-Pound wusste nicht, wie ihm geschieht. Sehr gut gemacht. Damit ihr bestehen könnt gegen das Böse. Das kommt nicht. Wenn ich du wäre, würde ich mir Granaten zulegen. Geht's gut, danke. Oh, das geht schon. Äh, was sind wir hier raus? Danke. Oh. Mehr? Bitte. Bitte. Mehr Sets im Anmarsch. Packt eure Sachen zusammen. Ich brauche etwas Geld. Kann jemand helfen? Wer möchte Geld? Ein Klingelbeufel läuft über. Ich habe schon eine Menge, aber danke. Wie sieht das mit Munition aus? Danke. Letzte Chance. Ich muss die Kapsel zumachen. Äh, egal. Ich muss nachladen. Wie steht die ganze Zeit? Schützt das Gewicht. Die ganze Zeit, die, die Kredits klauen. Mir geht's gut. Jawohl. Die Wombles sind nichts gegen diesen Ort. Achtung, ich lade nach. Ja, so klar. Ach, immer dieses Nachladen hinter Zeitlobe. Ah, der ist schon wieder. Uah, ich bin weg. Ah. Ach, das ist ein Typ. Ich denke mir immer, warum schreit denn der so mit nativen Stimmen? Der hat doch einen Frauenkörper. Jetzt sehe ich mal, dass er einen Bart hat. Oder eine ziemlich scheiße Frau. Ich denke mir immer, warum schreit denn der so mit nennen ist. kommt der tat die treppe hochgesteubert die letzten geld verschießt keine kugel ach komm wir haben so viel kohle können die waffe noch mal auf tunen und ein bisschen rüstung bis munition eine runde haben wir noch und da kommt der postkampf so ich weiß irgendwann mal noch mit geld um sich weiß nicht wie das geht die kapsel gleich wir haben nicht mit fleisch und tötet mehr die ist natürlich nicht nachgeladen die waffe das ist ein sammler stück gefunden ich denke schon wieder irgendwo Der ist der Leere. Wir haben ihnen schon zugesetzt. Aber es sind noch einige. Dann. Geht denn hier die Action ab? Die Geräusche sind ein bisschen strange. Weil man das Gefühl hat, es ist direkt neben einem. Dabei ist das ewig weit weg. Ah! Was ist denn das? Irgendwas sieht das, was soll ich da tun? Ausgezeichnet. Das sind fast alle. Fast alle. Da haben wir aber noch. Alter, was die... Mit der Shotgun rumjumpfen. Krass. Neue Patronen gelaufen. Sechs Gegner. Haben wir alle genügend Munitionsvorräte? Nein. Mein Munitionsvorrat ist voll. Danke. Warum kann ich bei ihm jetzt keine Munition hernehmen? Manchmal ist es sehr seltsam. Du weißt, wie man da draußen überlebt. Ein guter Instinkt. Abgesehen von den Monstern. Ähm, ich würde mal gerne wissen, wie ich... Der Gottkantenschnee gefällt mir. Einmal... Ah. Wer sich des Armen erbarbt, der leihützt dem Herrn. Ich muss nachblasen. Ich werde dir eine Arme bekommen. Ich könnte etwas Geld gebrauchen. Hier ist etwas... Zets geortet. Ich muss die Kapsel gleich schließen. Brauch nie ausgürtet. Weißt du, was Zets lieben? Kaputte Panzerung. Reparier sie. Du bist zu glücklich. Ähm, bum 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 bum. Pumpaction. Beeilung, die Zets kommen näher. Die Pause ist vorbei. Danke. Zurück an die Arbeit. Mehr Zets kommen. Wer ist das? Ach, der Typ schon wieder. Den habe ich gestern alleine mal besiegt. Da habe ich einfach mal so just a runde. Denn es war schwierig, hat auch ewig gedauert. Aber es ist machbar. Weg zu den Bord der Bord. 100% 5% 5% 3% 5% 5% 5% 6% 6% 7% 6% 8% 8% 9% 12% 8% 9% 10% 10% 9% Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist aber gestern irgendwie besser geklappt. Boah, noch 20 Leben. Es ist knapp. Mal hinter uns. Ah, ich muss mal den Waffen anladen. Ich hab den dann immer schön gecharged. Ich bin rumgerannt. Ich hab den Waffen anladen. Ich hab den Waffen anladen. Ich hab den Waffen anladen. Ich bin mir nicht sicher, was mit den Dingern hier ist. Okay, da sind Pfeil. Ah, der ist fast down. Er ist fast down. Komm schon. Äh, nicht diese Viecher. Hört. Komm schon. Und. Jeeeey. 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 Dimm, 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 dimm. Unterstützer. Türen zu schweißen. Ansehen. Bonus. Zerweilwald. Gut, mein Lieben. Wir machen aber auf jeden Fall mal Feierabend. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Folge wieder. Das wäre dann übermorgen. Oh, was ist jetzt? Kaputt. Äh, ja. Wir sehen uns übermorgen wieder, hab ich. Also, bis dann. Ciao.